so und weiter geht es würde ich sagen hier wird das gerade im programm nicht richtig angezeigt ja bau eine neue bitteschön zwar dahin und ist klar sehr schön nein ich bin es vielleicht zur arbeit abgeschlossen ich kann verstehen dass du es leidens arbeit abgeschlossen so dann baut direkt noch ein zweiter nächster angriff führen dort wird garantiert erfolgen bereit zum ausritt wie kann ich helfen arbeit abgeschlossen ihr braucht meine hilfe mein leben für die horde sehr schön sobald die beiden hier abgeschlossen sind müssen wir die wachtürme natürlich dementsprechend nach norden verlegen leben für die horde arbeit abgeschlossen so arbeit abgeschlossen bereit zum ausritten ich bin es leid zu warten wo waren wir denn da haben sie ich höre den ruf mein leben für die horde der doktor hat gerufen braucht meine hilfe bereit zur arbeit unsere stadt wird angegriffen bereit zum ausritt herr und herr und okay ich hatte die 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 Sehr gut. Was? Wie ihr meint. Leitet mich. Wohna steht euch der Insel nicht treten? Ich bin es leicht zu warten. Guck mal da. Goblin Laden. Ja, Häufling. Leitet mich mein Leben für die Horde. Wie kann ich dienlich sein? Stirb. Ich bin es leicht zu morden. Der Kriegsverband. Wohna steht euch der Sinn? Was? Mein Leben für die Horde. Wie zahlt den Wohna Brüllen? Ich bin es leicht zu warten. So, ihr greift uns schon mal nicht mehr an. Rückzug, meine Freunde. Die ersten hierhin. Ja, Häufling. Die Wolfsschamanen hierhin. Ja, Kriegshäuptling. Ich höre den Ruf. Wen soll ich töten? So, sehr gut. Was wir wollen. Dabu. Was wir wollen. Sehr schön. Alles klar. Den opfer ich jetzt mal. Ich möchte gucken, ob die Mine frei ist. Wenn sie nämlich frei ist, kann ich hier ein neues Dorfzentrum errichten. Forschung abgeschlossen. Muss was getan werden? Das kann ich. Das sieht alles frei aus. Lange zumindest. Hauptaus errichten. Unsere Stadt wird angegriffen. Arbeit. Was wir wollen. Das kann ich. Forschung abgeschlossen. Unsere Stadt wird angegriffen. Gut. Ach der schon wieder. Ja, ja. Ach ihr was? Ja. Ihr braucht meine Hilfe. Sehr gut. Wie kann ich helfen? Wie kann ich den nicht sein? Wir werden angegriffen. Ach er schon wieder her. Ja, ja. Lassen wir uns gar nicht drauf rein. Das ist ein Unterfangen, das im Moment nicht sinnvoll ist. Ihr wart auf eurem Befehl. Wie kann ich helfen? Arbeit abgeschlossen. Lange er hier unten in Ruhe bauen kann. Passt das alles? Siehste, er zieht sich nämlich zurück. Das dachte ich mir schon. Ja. Übergang. So. Ihr vier begeht euch sofort hierhin. Wachtturm. Arbeit, Arbeit. Alles klar. Sehr gut. Unsere Stadt wird angegriffen. Ich bin es im Leid zu wahren. Ja, häuslich. Reiten wir. Ich bin es im Leid zu warten. So. Warte auf euren Befehl. Soll er ruhig herumtanzen, der Szenario. Da lassen wir uns gar nicht von... Arbeit abgeschlossen. Arbeit, Arbeit. Arbeit abgeschlossen. Muss was getan werden. Wir können auf jeden Fall... Ja. Nee. Wir arbeiten hier noch in eine neue Kriegswerkstatt hin. Alles klar. Denn hier ist genug Holz. Ja. Repariere das. Arbeit abgeschlossen. Sehr schön. Arbeit abgeschlossen. Was ihr wollen. Ich kann hier nicht bauen. Das kann ich. Alles klar. Hm? Arbeit abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Exzellent. Oh. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. So. Tanzt der dämliche Szenario ist hier noch rum. Endlich. Nein. So. Hm? Arbeit abgeschlossen. Arbeit, Arbeit. Arbeit. Sehr gut. Arbeit abgeschlossen. Muss was getan werden. Wir werden angegriffen. Das war klar gewesen. Das war klar gewesen. Damit habe ich schon gerechnet. Arbeit abgeschlossen. Wie ihr meint. Was war schon abgeschlossen. Das kann ich. Muss was getan werden. Na ja, begebt euch sofort hier hin. Zieht nicht über los und zieht keine 4000 Euro ein. Die sind wieder alle repariert. Sehr schön. Dann kannst du auch hier hin. Holz schlagen. Alles klar. Denke, na, nehme ich mal, dass Szenarios als nächstes hier attackieren wird. Leute. Was ihr wollen? Arbeit abgeschlossen. Arbeit, Arbeit. Das kann ich. So. 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 auch schon abgeschlossen exzellent ausbau abgeschlossen ja das kann ich sehr schön macht weiter gut kreakshäuptling leitet mich arbeit abgeschlossen sind meine wolfsreiter arbeit abgeschlossen kein problem ja reparieren ja kriegt eure den ruf was forschung abgeschlossen endlich heute abbauen ob sie da überhaupt durchkommen unseres gott wird angegriffen ich bin es leid zu machen wir werden angegriffen sehr schön repariert sehr gut was soll ich tun jetzt jetzt denzelte ihr denkt dem nicht hinterher ihr bleibt schön hier so ihr macht weiter den goldabbau elende dämonenbrot ihr werdet alle sterben ja klar da ist die karte bescheiden ja er wird wuselt noch um ihren befehl gut so leitet mich ja häuptling so so steht euch der sinn die karte die karte die karte und die karte Ich bin zu lang zu warten. Warte auf euren Befehl. Keine Gefangenheit. Wie kann ich jetzt nicht tun? Kein Zeit. Ja, häufig. Ich bin zu lang zu warten. Kriegshäuptling. Haltet mich. Ihr braucht nur die Hände. Ich bin zu lang zu warten. Warte auf euren Befehl. Warte auf euren Befehl. Kriegshäuptling. Niemand, aber auch wirklich niemand legt sich ungestraft mit mir an. Ich höre ihn so licht. Ich bin zu lang zu verleiten. Oh, meine Hilfe. Sehr gut. Dieses Dorf haben wir uns auch wieder geholt. Ich bin zu lang zu warten. Warte auf euren Befehl. Ja. Ich höre den Ruf. Der Natur. Ja, sehr gut. Was sagt ihr? Unsere Goldmine hat sie noch genug? Ja. Exzellent. Muss was getan werden? Ja, ihr repariert. Was ihr wollen. Das sind keine. Sehr gut. Du, mein Freund. Nee, ihr zwei. Begebt euch hier hin. Alles klar. Wie möglich da dran. Arbeit, Arbeit. So. Ich denke drüber nach. Wie ihr meint. Ja, Kriegshäuptling. Leitet mich. Ihr braucht meine Hilfe. Ja. neue Hilfen. ja heute leitet mich ich bin zu leid so nicht siehst du szenarien widerstand hat die überhaupt nicht macht so kriegst statt hierhin das kann ich sehr schön dass du das kannst jetzt ich bin vielleicht ja kriegshäuptling ihr braucht meine hilfe was soll ich tun sehr gut was sagt die zeit okay an dieser stelle mache ich eine weitere pause und dann sehen wir uns gleich mal da gucke mal an hat sich was mit pause das schlachtet seiner eigenen bäume ab quasi ihr braucht meine hilfe was abgeschlossen so ich habe eures gleichen vor äonen besiegt und würde es wieder tun ja das ist vollkommen in ordnung dahin kein problem leitet mich könnt mich nicht überwinden ich bin das herz des landes das ist relativ egal was du bist so gut während er dort beschäftigt werden wir ihm seine machtbasis entziehen also das ist das ist aber das ist so Dämonenbrot, ihr werdet alle sterben. Ich bin für Wärtsum. Wie gern soll ich nicht sein? Ich bin für Wärtsum. Unsere Kampel, Alke Hilfe! Ich bin für Wärtsum. Ich bin für Wärtsum. Charizio, ich bin für Wärtsum. Unsere Stadt wird angegriffen. Wir werden angegriffen. Ja. Arbert, Arbert. Ich habe euresgleichen vor Äonen besiegt und werde es wieder tun. Ja, mach du nur. Unsere Stadt wird angegriffen. Ja. Woran steht euch der Sinn? Tricks, Häuptling. Lasset mich. Unsere Stadt wird angegriffen. So. Tricks, Häuptling. Warte auf euren Befehl. Höher. Ja. Wie kann ich doch nicht sein? Unsere Stadt wird angegriffen. Hm. Ich denke drüber nach. Ich denke drüber nach. Wie ihr meint. Was ist das denn? Ihr könnt mich nicht überwinden. Ich bin das Herz des Landes. Okay. Arbeit abgeschlossen. Gut, dann müssen wir hier wohl lang. Endlich. Ja, heute kriegst du mein Leben. So, sehr gut. Ja. Das kann ich. Unsere Stadt wird angegriffen. Obergang. Was ihr wollen. Wir werden angegriffen. Alles klar. Schon scheiße, ne? Muss was getan werden. So. Das kann ich. Arbeit, Arbeit. Aber gern. Alles klar. Das kann ich. Reiten wir. Arbeit abgeschlossen. Ich bin so leicht zu wagen. Leitet mich. Exzellent. So, weiter Goldabbau. Arbeit abgeschlossen. Wie kann ich helfen? Ach, die KI. Die KI, die ist einfach nur traurig. Arbeit abgeschlossen. Aber was will man erwarten? Das Spiel ist Asbach. Ja, heute bling. Marsch! Arbeit abgeschlossen. Gut. Weiter Goldabbau. Arbeit abgeschlossen. Musst du was getan haben? Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Ja. Arbeit abgeschlossen. Was ihr wollen. Unsere Goldbine gibt nicht mehr viel her. Kann ich mit leben. So. Braucht ihr was? Reiten wir. Ja, Kriegshäutling. Ihr braucht meine Hilfe. Was soll ich tun? Ah, guck mal einer an Satire. Die Truppen da sind, können wir loslegen. Szenarios hat schon quasi verloren. Das muss noch nicht wirken. Und Abbau. Ausbau. Warte auf euren Befehl. Wie kann ich helfen? Ich höre den Ruhm. Wen soll ich töten? Grünshäutling. Weiblicher Satir, das ist mir neu. Ich bin es leicht zu warten. Portale können eure Armee über das Schlachtfeld teleportieren. Sehr schön. Ich bin es leicht zu warten. Bonau steht auch der Sinn. Sehr schön. Wo sind wir da rausgekommen? Pro X Häuptling? Ja, wo sind wir den? Hä? Okay. Ich höre den Ruhm. Wen soll ich töten? Wo soll ich hin? Hier sind wir. Gut. Das Ding, du. Ich bin es leicht zu warten. Wir können dich aufzunehmen. Wir werden angegriffen. Brünshäutling. Auf die Eurekrieg soll ich nicht sein. Wie ihr meint. Was auf eurem Befehl? Wo soll ich den Sinn? Wer magst du wohl sein? Satyra Pyroband. Wo soll ich tun? Wie kann ich? Was soll ich tun? Hallo. Und meine ist eingestürzt. Wenn es vielleicht zu haben. Wir wollen es nicht. Wir wollen es nicht. Was wir wollen? Die 5. Ihr begebt euch hier hin. Aber gar nicht weit weg. Was? Das Ding, du. noch einen wunsch nein sehr schön endlich ich denke drüber auf euren befehl ich bin es leicht zu warten so erstmal alle heilen schön wie kann ich den nicht was soll ich tun er wird sehr gut merkt er was szenarios hat quasi aufgegeben er taucht nicht mehr auf er ist besiegt ja dämlicher halbgott du leitet nur noch schwierig soll ich bin es leicht zu warten die brennenden meister haben diese quelle unserem schutz überlassen ihr seid nicht würdig dieses dunkle wasser zu trinken ich weiß nicht was ihr seid oder wem ihr dient aber niemand stellt sich mir in den weg warte auf euren befehl sehr schön der teufel spunnen ich bin schon verflucht wenn dieses wasser mir den sieg über szenarios bringt trinke ich es nein das widerspricht allem was uns der kriegshäuptling lehrt die wut darf nicht wieder über uns kommen nein krieger wir müssen uns hier öffnen wir müssen boden der zerstörung werden wie es uns vorbestimmt ist ich spüre die macht wieder kommt meine krieger trinkt vom dunklen wasser und werdet wiedergeboren grommasch höll schrei ja benutzt eine rolle des stadtportals um euren erhalten und einheiten in seine nähe zur basis zurückzuteleportieren gut ich bin es leicht zu warten ich habe keine rolle des stadtportals ich bin es leicht zu machen rolle des stadtportals gut viel werden diese kreaturen setzen uns schwer zu und ihr halbgott lauert immer noch im wald können wir ihn überhaupt besiegen schwachsinniger feigling niemand ist unbesiegbar wenn wir leben wollen muss dieser szenarios sterben dahin müssen gut endlich sehr gut sonst noch jemand war klar gewesen so häuptling wie ihr meint ich denk drüber nach wie kann ich helfen wie kann ich die nirgendwo da kommen kommerschen ach sie mal einen szenarios ja ja halbgott ist gefallen er und seine große schnauze ich bin den clan ist unbesiegbar soviel dazu seid gegrüßt das kann nicht sein ich komme um euch und eure brüder heim zu holen die brennende legion enttäuscht doch nun werdet ihr uns wieder dienen die brennende legion enttäuscht ich bin die wut in eurem herzen ich bin rachsüchtigen gedanken ich allein gab euch die macht chaos in die welt zu tragen und bei der endlose lehre das werdet ihr auch das war es jetzt auch gewesen dieses kapitel ich hoffe natürlich dass es euch gefallen hat was sagt die wertung ok 36.800 die helden wertung unsere einheiten ok unser held wurde einmal getötet bei einer unserer einheiten 129 wurden getötet bei einer wertung von 88.435 und gebäude haben wir 50 ausgelöscht bei einer wertung von 83 ja ich würde sagen das war gar nicht mal schlecht gewesen szenarios sage uns gegenüber aus wie ein dummer kleiner schuljunge aber er hat es auch verdient freunde ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid bei der nächsten folge wieder mit dabei bis dahin haltet die ohren steif macht es gut ciao ciao ciao